Ich glaube das waren die schon. Das waren die euch. War das eine der letzten? Weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Wird euch vermissen auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der Hölle. Also, Alter. Äh, der Boden brennt. Hallo, geht da? Hallo? Hey, wir müssen die Leiche mitnehmen. Ja, wir müssen warten, bis es weg ist. Hey, Digga, das Feuer breitet sich aus. Die Autos, die Autos, nimm die Autos. Oh, Markli, komm her. Mit der Waldbrand, Junge. Markli. Du bist dein Heimschuldling, du Bastard. Alter, 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 Alter. Hilf mal jemand bei der Leiche. Buckli. Hilf ihm.